Viel Raum, um sich künstlerisch auszutoben und den Gedanken freien Lauf zu lassen, hat Johannes Heisig hier in seinem Atelier. In dem Tanzsaal einer ehemaligen Gaststätte im brandenburgischen Küritz füllen Öl und andere Farben in der Hand des Malers riesige Leinwände. Einige werden zu Porträts, andere zu historischen Ansichten, wie der Zyklus es war ein Mal. Heisig wuchs in einer Künstlerfamilie auf. Schon sein Großvater Walter Heisig war Maler. Der Vater, Bernhard Heisig, beeinflusste auch seinen eigenen Weg als Maler, Grafiker und Kunsthochschullehrer. Ich male mit Fingern, mit Lappen und mit Pinseln und alles gibt halt eine verschiedene Struktur. Wenn ich jetzt beispielsweise hier mit dem Lappen und hier so ein bisschen Lösungsmittel reinmache, dann kann ich sozusagen die Farbe, wollen wir mal hier vormachen, also drüber ziehen. Und dann gibt es hier so bestimmte Strukturen, die wir ganz wieder abwischen und so. Neben der Malerei macht Heisig Zeichnungen und Lithographien, eine grafische Technik, bei der fethaltige Kreide auf eine spezielle Steinplatte aufgetragen und über ein Druckverfahren vervielfältigt wird. Inspiration und Erholung findet der Künstler in der brandenburgischen Natur und im Garten, der Wohnhaus und Atelier umgibt und ihn zum Nachdenken über das Leben und seine Vergänglichkeit anregt. Exemplarisch dafür ist das Requiem für eine Hornisse, hier zu sehen im Schloss Ribbeck. Die Ausstellung seiner Stillleben, Landschaften und Porträts lädt zur Betrachtung ungewohnter Perspektiven und expressiver Farbenspiele ein. Für sein Bildnis von Volker Braun, einem Dichter, den Heisig verehrt, wird er 2020 mit dem brandenburgischen Kunstpreis für Malerei ausgezeichnet. Ich betrachte die Malerei oder meine Malerei schon zu einem gewissen Prozentsatz als Kommunikationsmittel, als eine Möglichkeit mit Betrachtern zu kommunizieren oder anders gesagt erst wenn das Bild irgendjemand anguckt, dann schließt sich für mich ein Kreis.